Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 4. Heute Abend gibt es wieder einen Livestream ab 18 Uhr. Das streamen wir dann Zuro und ab 19 Uhr eine ganz kurze Pause, dann starte ich den Stream neu und dann werde ich Sky Factory weiterspielen. Und ja, gestern haben wir auch ein bisschen weiter gemacht und haben uns auch um einen sehr großen Energiespeicher gekümmert als Zwischending. Wir haben ein bisschen Autocrafting noch gemacht, aber wenn ich mal nach hier unten gehe, hier habe ich eine riesen, was heißt eine riesen, erstmal eine große Speicherziele, die möchte ich auch noch größer bauen. Auch mit Fluxplugs, die hat aber irgendwie nicht ganz funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Erkläre ich gleich nochmal, wieso, weshalb, warum. Also, hier ist eine Induction Matrix von Mechanism. Da kann ich mal ganz kurz hier add. Induction Matrix, gibt es ein paar Blöcke, die man dafür machen muss. Induction Ports, Induction Casings und ich habe auch die maximal großen Induction Cells und Induction Provider gebastelt. Nur so nebenbei, ich gucke hier mal rein, diese Speicherzelle hat aktuell, komm schon, click it, click it, da, hat 409 Giga RF drin und das ist eigentlich schon ganz heftig. Ich hatte eben, habe mich wieder eingeloggt und natürlich ist der Black Hole Fusionsreaktor wieder ausgeschaltet worden, weil der Plug weggebackt ist. Und eigentlich hätte ja die Zelle dann leer sein müssen, war sie aber nicht. Irgendwie hat die, als der Black Hole Generator ausgegangen ist, weil Black Hole Fusion merkt das auch so rum, irgendwie hat der, hat sich die Zelle dann nicht angeschaltet und meine restlichen Sachen hier bepowert. Die war noch voll, die war noch komplett voll und trotzdem müsste die Sachen das Flux Network einspeichern. Ich zeige es euch gleich mal etwas präziser, vielleicht wäre eine Idee dazu, aber pass auf, pass auf, pass auf, genau. Im Autocrafting sind ein paar neue Rezepte drin, das heißt wir können jetzt hier auf Dauer, warte mal kurz, add mechanism, so auf mechanism, genau. Ich habe also noch eine weitere Induction Cells gecraftet, sehr schön. Induction Provider müssen wir machen und Induction Cells. Und da gibt es ja verschiedene Stufen, je höher man hat, genauso wie die Energy Cubes, je höher der Energy Cube ist, umso mehr Energie passt rein, je höher die Induction Cells ist, umso mehr Energie kann auch diese lagern. Ähnlich wie die Festplatten müssen wir die hochcraften mit Rezepten, die aufeinander aufbauen. Ist aber im Autocrafting alles mit eingestellt. Ich will mal ganz kurz erklären, wie diese Induction Cells funktionieren oder was das ist, weil das ist jetzt im Stream passiert. So, und beispielsweise müssen wir anfangen, ein Basic Induction Cells grafen aus dem Energy Cube, die ist das. Für die nächste brauchen wir halt viermal die Basic plus ein Advanced Cube, dann brauchen wir viermal die Advanced plus ein Elite Cube und für die maximale brauche ich vier Elite Cells und ein Ultimate Energy Cube. Und dann kriegen wir einen, so eine Induction Cell, wo 204 Giga F drin gespeichert werden können. Und hier drüben dasselbe müssen wir nochmal machen mit Providern, Induction Provider, können wir machen mit Basic Energy Cube und hier den teilen. Dann, ja, viermal die Basic Induction und ein Advanced, viermal die Advanced, einmal Elite und so weiter und so fort, viermal die Elite und einmal Ultimate Energy Cube. Und dann machen wir diese Induction Provider. Die sind dafür da, dass die Stromrate beeinflusst wird. Also ich kann mal ganz kurz hier reingucken. Ja, das ist einfach eine Multi-Block-Struktur. Flipp, hüpfen wir mal rein. So, ich habe hier unten einen Ultimate Induction Provider, Sales Cell, nochmal Provider, also zwei Provider und zwei Zellen drin. Ein Induction Cell speichert, wie gesagt, den Strom der Provider, zeigt an oder sagt, wie schnell man aus dieser Batterie, die ich hier gebaut habe, die Energie ins Netzwerk rein oder raus transferieren kann. Und jetzt habt ihr gesehen, ich habe einen Block gesetzt. Flipp, die Zelle wurde wieder vervollständigt. Und jetzt habe ich hier eine neue Zelle reingesetzt und ihr seht, die füllt sich jetzt auf. Input, 26,21 Millionen F pro Tick. So viel Strom produziere ich auch locker, dass das rauscht hier gerade rein bis zum Gehtnichtmehr, weil das von dem schwarzen Lochgenerator halt gemacht wurde, vom Fusionsreaktor. Und ja, füllt sich jetzt Stück für Stück auf, bis es voll ist. Und theoretisch, pass auf, jetzt folgendes Problem. Das Fusionsreaktor ist ja ausgestaltet worden, weil der Plug weg, bugt das in der Hunting-Dimension wieder. Und die Zelle war noch voll. Warum füllt denn die Zelle jetzt nicht den Stromkreislauf und agiert als Notstrombatterie? Das heißt, wenn mein System ausgeschaltet wird, dann müsste doch eigentlich diese Zelle hier alles bepowern. Aber als ich wiedergekommen bin, waren die Festplatten aus und die Batterie war noch voll. Das ist irgendwie nicht so nach Plan gelaufen. Aber ich habe hier folgendes. Ich habe hier einen Plug drin, der die Energie reinzieht. Ihr seht, das Teil füllt sich ja auch. Und ich habe hier einen Point, der zieht aber auch gleichzeitig wieder raus von 26 Millionen F pro Tag. Ist das einfach nur ein Kreislauf, der gerade entsteht? Minus 26. Ne, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist richtig. Minus 26, das heißt, dass es ausgeputtet wird in den Induction-Port. Und hier geht die Energie rein. Und hier müsste dann rausgehen für den Fall des Falles, dass es gebraucht wird. Aber das tut sie nicht. Ich bin im Netzwerk von mir drin. Ja, so eine Output und so. Sollte eigentlich outputten. Priority Search. Keine Ahnung, ob ich da irgendwas mit einstellen muss. Es sollte halt eigentlich primär funktionieren, dass hier dann Energie rausgezogen wird für mein System. Aber irgendwie puttet der die Energie nicht wirklich raus. So wie ich es gerne hätte. Ich habe noch ein paar andere Storages zwischendrin eingestellt und so. Aber so viele Flux-Points und Flux-Plux. Ach Mann, irgendwie. Hier steht drin, was der Network-Buffer ist. Wahrscheinlich habe ich da oben die Flux-Storages hingesetzt. Ja, nie. Keine Ahnung. Also ich bin mir nicht sicher. Die Zelle gibt keinen Strom ab. Also wenn mir Strom fehlt im System, gibt die Zelle keinen Strom ab. Das ist irgendwie das Problem. Das muss man noch fixen. Ich dachte vielleicht, dass die außerhalb des Chunks wäre oder was weiß ich. Aber nee. Zunächst mal, die ist ja direkt in meiner Insel drin. Und hier oben ist ja auch ein Chunk loader direkt drüber. Und dann wird der Chunk geladen. Das heißt, die Batterie unten muss geladen werden. Und dann müsste das hier auch geladen werden. Die eine Frage, die ich noch habe, ist, was ist denn, wenn das hier nicht geladen wird? Mein Flux-Controller. Brauche ich den überhaupt? Ich sammle den einfach mal ein. Den Flux-Controller und stelle den mal irgendwie mit hier unten rein oder so. Also einfach nur, damit der hier drin steht und sein Zeug macht. Joa, keine Ahnung. Transfer settings have been removed. Ja, habe ich jetzt schon wieder, Network Statistics, habe ich schon wieder irgendwie ein paar Sachen geändert, dadurch, dass ein Block jetzt abgebaut ist. Ich muss den mal umsetzen. Es soll kein Limit dran sein. Die Sachen sollten alle trotzdem mit Strom befeuert werden. Und keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so ist, wie es halt ist. Oh Mann. Ne, funktioniert alles noch weitestgehend, so wie ich es gerade sehe. Egal. Was ich vorhabe, ist halt die Speicherzeit noch größer zu machen, weil das ist halt noch sehr wenig gefühlt. Da passt noch ziemlich viel rein. Dazu muss ich hier die Sachen autografen. Ultimate Induction Cells hätte ich gerne. Genau, und da würde ich einfach mal fünf Stück machen. Mal gucken, ob das reicht von den Stoffen und Materialien. Ja, sieht gut aus. Okay. Das müsste reichen. Ich mache mal Start und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Speicherkapazität. Autografen, wie viele Ressourcen braucht das eigentlich? 12.000 Redstone, 6.100 Enriched Alloys müssen wir machen, 1.500 Steel, 1.180 Lithium Ingles, dann Lithium Essenzen, die werden durchgecraftet. 4.000 Steel Essenzen. Ja, allein um halt fünf von den Dinger zu machen, brauchen wir so wahnsinnig viele Ressourcen, weil diese Energiespeicher sind teuer. Ich hatte das doch, glaube ich, mal ein Novos gemacht, ein Max-Größen-Gerät von den Speicherzellen. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber... Naja, schauen wir mal hier drüben. Ich habe meine Kuhfarm etwas abgeändert, weil ich dachte mir, ich gehe mal hin und sorge dafür, dass ich ein bisschen mehr Platz habe für Crops. Hier vorne, ich musste mal ständig Sachen umsetzen, ich hatte zu wenig Ressourcen und ich bin mal hingegangen und habe ein neues, großes Feld gemacht, was an Harvest dann halt angeschlossen ist. Ja, die Kühe habe ich mir alle in die Mitte gedrängt, dass die trotzdem noch weiter halt Gülle produzieren und alles mögliche. Und jetzt hier, da habe ich was am Ernten, die Stars. Ich habe neue Growth Crystals gemacht, Stufe 3. Das muss ich jetzt noch ausschnitten mit Sprinklern und noch ein paar weiteren, ja, Accelerators. Also, ist so ein bisschen schwierig, die Talie zu setzen, aber ich weiß nicht, wie fern die manchmal am Laggen sind oder so. Ich gehe jetzt einfach mal hin und schiebe das auch mal. Ich platziere einfach die Ressourcen, die ich noch habe. Einmal unter jeden Block kommt ein Growth Accelerator. Ich glaube, wir hatten auch ein paar Lag-Probleme. Bei Blizzar war das drüben, glaube ich. Der hat so viele Growth Accelerators, dass das ganze Server geleckt hat. Deswegen vielleicht nicht übertreiben, vielleicht eine Ebene oder so unter jeden Block und dann ist gut oder so. Und ich habe auch noch was weiteres gemacht, nämlich wir hatten ja das Problem, dass diese Crystal, die Growth Crystals, ist, dass die, ähm, so teuer sind, auch mit Tränken und allem Möglichen. Habe mich da mal reingesetzt und, ähm, dafür auch ein Autocrafting gemacht. Und, also, die 5, oder die 6, oder die 5 habe ich geautocraftet. Äh, da müsste dann auch noch mehr gehen. Das Problem, was ich allerdings hatte, ich habe zu wenig Seelaternen dafür einfach. Und hier unten habe ich ja eine Mob-Drop-Anlage mit dem Guardian, hier eine, so eine Guardian-Statue, aber das ist zu wenig. Der ist einfach zu wenig. Ich habe nicht genug Seelaternen. Das ist, äh, doof. Wenn ich mal ganz kurz hier in Growth Crystals reingehe. Ja, ich kann die machen. Aber ich kann jetzt keine 10 Stück machen. Doch, an der Stelle geht es gerade ausnahmsweise. Nochmal 10 Stück. Okay, da hört es auf. Nämlich Prismarine Crystals. Ich habe immer zu wenige Crystals. Und ich bin am Überlegen, ganz spontan mal ein paar mehr von den, äh, Mob-Statuen von den Guardians zu machen. Guardian-Mob-Statue. So, das war eine, äh, Decorative. Und ich mache einfach mal ein paar davon. Warte mal, erzähl mir keinen, dass das jetzt... Äh, guck, stopp. Ähm. Habe ich echt keine... Ich habe keine, äh, keine Prismarine Crystals mehr. Okay, dann machen wir das so. Dann verdopple ich erstmal für den Anfang meine Produktion, indem ich die eine Statue upgrade. Da fehlt natürlich wieder Redstone-Block. Ähm, nope, die nicht. Aber die... Ja, Redstone-Blöcke werden bei mir automatisch durchgecraftet. Ich mache mal einfach ein paar davon. So, und dann... Machen wir hier eine Guardian-Statue, eine neue. Dann auch eine Functional Guardian-Statue. Und dann auch eine Peaceful Guardian-Statue. So, und jetzt hätte ich eine zweite Guardian-Statue. Hier gibt es noch viele freie Slots. Eigentlich bin ich auch noch dabei, das hier ein bisschen aufzustocken. Aber... So, jetzt würden wir doppelt so viele Shards kriegen. Dann kann ich morgen weitere Statuen draus machen. Blub, 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 blub. Und dann blubben wir sie irgendwann alles mit Guardian-Statuen voll ab. Und dann habe ich eventuell genug Shards für, ähm, die Growth Crystals. Und dann würde ich nochmal hier kurz gucken. Growth Crystal Tier 3. Kann ich mal davon... Na, jetzt den kann ich nicht machen. Kann ich wenigstens mal einen machen. Warum geht das hier beispielsweise? Ich habe ein bisschen Trouble, ne? So, und der Crafting-Plan von den Dingern, die sind super simpel eigentlich. Also da braucht man nicht viele Materialien. Kann ich nicht machen, geht nicht. Hier steht die ganze Zeit, geht nicht. Die mittleren kann ich machen. Die anderen kann ich nicht machen. Ach man, ey. Wie viel kann man denn davon... Muss ich jeden Einzelnen mal machen? Ja, wenn ich jeden Einzelnen machen muss, dann kann ich aber auch genauso gut hier hingehen einfach und Rezepte reinlegen und behandcraften. Ja, da fehlen halt einfach die, äh... Seelaternen, ne? Ne, Glas fehlt. Ganz normales Glas fehlt. Das würde ich aber auch hinkriegen. Stopp. Die Sache mit dem Glas ist immer so teuer. Ich habe gestern, glaube ich, noch 5000 Stück gemacht. 10.000 Glas, bitte. Start. Danke. Und jetzt habe ich auf der Eucke noch Glas hier. So, auf hier Stück konnte ich jetzt machen, beispielsweise, und das würde reichen. Habe ich irgendeinen Fehler bei dem Rezept oder so gemacht? Könnte er mir nicht erzählen. Habe ich einen Fehler beim Rezept gemacht? Kein Plan. Aber, ah, ich habe die Growth Crystals im Inventar. Deswegen geht Autocrafting nicht. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Das Autocrafting-Rezept ist defekt. Aber warum? Warum? Das ist nicht okay. Ähm, ich vermute, dass ich irgendwo einen Fehler noch drin gemacht habe. Aber ich habe hier sämtliche Sachen reingeschmissen. Hier. Pass mal auf. Dann lösche ich das Pattern nochmal komplett. Und füge es hier auch nochmal neu. Nein, hier haben wir es doch. Das Growth Crystal Tier 3 Rezept. Growth Crystal. Ja, einmal reingelegt. Es wird auch angezeigt. Dann nehme ich das Pattern durch. Fertig. Die Tränke und so sind alle richtig. Speed 2 Tränke. End Crystals und Growth Crystal. Gut, für die End Crystals habe ich jetzt kein Autocrafting drin. Aber da müsste ich noch genau ein System eigentlich haben, oder? Nein. Ah, vielleicht liegt es daran. Ich hatte mir mal für die... Ne, doch. Für die End Crystals habe ich doch eben wohl eins reingemacht. Äh. Äh. Komm on. Ein Auto... Es geht nicht. Er will nicht. Aber wenn ich mit, ähm... Den hier unten reinlege per Hand, dann kann ich ihn rausziehen. Kein Plan, warum der das nicht macht. Da bin ich überfragt. Ganz ehrlich. Äh. Geht aber nur bei den Tier 3 Crystals nicht. Ich glaube, ich habe da keinen Fehler gemacht bei dem. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe da keinen Fehler gemacht bei den Dinger. Naja. So, dann gehen wir einmal rüber. Setzen ein paar weitere Growth Crystals rein, wo ich... Halt kann. So, beispielsweise hier können wir noch einen setzen. Ja, das letztens war so ein Hilfsblock. Kann ich mal... Wieder wegmachen. Der kann auch wegfallen. Ist mir gerade egal. Und dann füllen wir oben mal Wasser rein. Und da kommt dann... Ehen... Sprinkler drauf. Hallo? Ich kann den gar nicht auf den Growth Crystal klicken. Ich muss es seitlich an, ähm... Das Ding hier setzen. An die Erde. Wenn ich direkt den Growth Crystal anwähle, dann passiert da nicht viel. Ich kann da keinen Wasser Eimer drauf verleihen. Also der funktioniert hier als Wasserquelle. Der Growth Crystal selbst. Aber Sprinkler raffen das halt nicht. So, und hier können wir auch nochmal... So, jetzt habe ich mal ein paar Eimer verteilt. Sechs Stück, soweit so gut. Und jetzt heißt es Sprinkler Craft. Hier wollte ich auch noch ein paar mehr Sprinkler machen, aber... Kommt alles noch. Ich bin ressourcentechnisch am Limit. Beziehungsweise was die Growth Crystal angeht. Ähm... Sprinkler. So, dann gehe ich mal hin. Bone Blocks habe ich. Dann kann ich mal einfach mal... Ja. Ich muss die einzeln klicken, weil... Der Eimer sich nicht von alleine zurücklegt. Ich habe aber gut Zeug gemacht hier. Gut, gut Wasser einmal noch im System von den Wasserquellen. So, ganz nett. Dann werde ich das eben einzeln machen. Also sechs Stück brauche ich erstmal, damit ich die bereits vorhandenen mit Wasser gefüllten Stots füllen kann. Und theoretisch auch nochmal Hilfsblock an der Seite. Ja, dann Eimer. Ich habe hier Lithium und Steel hauptsächlich drauf, was ich für die Speicherzelle gebraucht habe. Da können wir auch nochmal einen dran setzen. Wunderbar. Gleich wieder abbauen. Gleich wieder Seethin. Da auch nochmal. Sprinkler dann. Wieder abbauen. Und wieder Seethin. Ja, das geht jetzt so weiter. Ich habe auch irgendwo, glaube ich, ein paar Seeths verpasst, innen drin, in dem Feld. Weil es einfach so unübersichtlich ist, aber... So, zwei weitere noch. Sehr gut. Dann mal dahin. Auf, dass es schneller wächst und ich tonnenweise Lithium und Stahl parat habe. Das wäre ganz lieb. Ich kann ja auch mal gucken ins ME-System. Ich war mit Lithium auf Null. Mit Steel auch fast. Aber Lithium... Lithium habe ich 24.000 Essenzen einer Nacht wieder reingeschreddert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, also wie gesagt, werde ich alles brauchen, wenn man alle Crafting-Zeug und so. Apropos, die sind jetzt noch weiter im Craften. Man braucht einfach 1.000 davon. Lithium en masse und Stahl auch. Nee, das ist Iron, was hier gerade durchgeexelt wird. Habe ich eigentlich noch... Da bin ich gerade überlegen. Wenn ich so viel Eisenherzen verbrauche, Iron, Essenzen... Äh, gut. Ja, 52.000, den gibt's. Und hier halt die Frage, ob ich die Acorns mal durchschreddere. Das müsste ich mal zu Resin auch machen im Autocrafter. Iron, Resin oder Iron Ember. Und dann im Ultimate Fairness durchhexeln, dass ich mal alles hier von den Eisen in Gens umwandel. Das müssen wir auch noch machen. Also weitere Erzverarbeitung. Das gilt für Iron. Bei Gold habe ich das, glaube ich, schon. Genau, weil alle Gold-Sachen werden automatisch durchgehäckselt. Auch hier die Gold-Resin und die Acorns. Gut, ich habe ein bisschen mehr Acorns übrig, aber das geht. Da habe ich schon ein paar Sachen. Und was ich halt vielleicht auch noch machen muss, die Redstone Essenzen. Dass ich mal die Essenzen hier, ähm, na, Dings zusammenfasse, auch automatisch durchgehäckselt. Aktuell werden nur die, ähm, Acorns zu Blöcken gecraftet. Und die Blöcke werden dann automatisch zu Redstone gecraftet. Naja. Aber soviel erstmal dazu. Und ach genau, ich muss euch auch noch was zeigen. Vielleicht habt ihr das im Augenblick gesehen. Aber den Fusionsreaktor, den wir in der letzten Folge angeschlossen haben, der ist explodiert. Ähm, ich habe im Stream schon die Insel repariert. Die Insel war ja auch so halb eingerissen, ja. Da war ein bisschen Chaos am Start und sehr viele Beschädigungen. Und, ähm, ich habe das wieder repariert. Hier fehlt sogar noch eine kleine Ecke. Ups, habe ich übersehen. Habe ich nicht ganz, ähm, repariert. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Jemand meinte, der muss noch gekühlt werden. Aber ich habe so bisher nichts über Kühlungen gesehen oder so bei Aufbauten. Das hat immer so ganz gut funktioniert. Ähm, der ist hier oben komplett weggeheckselt. Der ist an mehreren Stellen explodiert. An mehreren Stellen gleichzeitig. Ich vermute auch so ein bisschen, dass beim Server Restart einfach der Fehler passiert ist. Ich, keine Ahnung. Ich hatte gedacht, dass immer genug Strom da ist, um die Elektromagneten hier außen zu bepowern, weil er selbst ja einspeist und wieder ausspeist. Ich habe, Leute, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass das Flux-Network rumbackt. Allein deswegen auch, weil die Notfallbatterie unten nicht funktioniert hat. Die hat nämlich keinen Strom ausgegeben, als unser Hauptstrom abgebrochen ist. Und das ist irgendwie sehr, sehr doof und schade. Hier ziehe ich auch gerade gar nichts raus. Das ist abgeschlossen. Ich mache, die Nettwasserproduktion ist gestoppt. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin überlegen, ob und wann ich das hier repariere. Weil das wird wieder extrem teuer, diese ganzen Elektromagneten zu machen. Und das ist, ja, kann man mal machen, muss man nicht. Das hat ewig gedauert. Äh, ich bin überlegen, demnächst weiterzumachen mit dem Pulsionsreaktor von Mechanism. Ja, und der sollte dann hoffentlich funktionieren. Wäre ganz gut, wenn es so ist. Aber, ja, ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Fusionsreaktor von Mechanism ist so das nächste Ding. Der wird hier drüben holen, eine neue Insel bauen. Und das kommt dann auch demnächst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis später oder bis zum nächsten Video. Wie auch immer. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.